Kinder, was geht denn bei euch ab? Junge, denkt dran! Gleiches Community-Abend. Um 18 Uhr geht's los, bis 19 Uhr. Es wird aufgenommen. Gary's Mod. Die Teamspeak-Daten stehen hier in der Beschreibung. Mein Steam-Name ist Killer-13. Ich hab einen roten Totenkopf auf schwarz im Hintergrund in meinem Profil-Ding. Ihr werdet mich finden, Kinder. Und ja, ich hoffe, es wird so lustig wie letztes Mal. Ähm, ich freu mich schon, weißt du? Hui! Und ja, okay. Sorry, dass heute noch so ein kurzes Video kommt, aber es ist so wenig Zeit. Es ist so wenig Zeit und so viel zu tun, Kinderlein. Obwohl morgen mein Feiertag ist, guck ich, dass ich morgen wieder dann, äh, noch was Cooles raushau. Wieder was normal langes, ja? Gut. Also hopp, dann. Bis später, gell? Ich freu mich auf euch. Macht mit. Seid dabei. Also dann, Leute. Bis später, ne? Ciao, ciao.